Vorsicht Sie haben doch eh keine Chance Bitte hören Sie auf sich am Leben zu halten, danke So Geht doch Damit ist der Hellblau auch schon ziemlich tot, ich mein, ich muss eh nur seinen Helden töten, aber hey Ja, mein, ganz sicher sonst nix So, einer von euch kann da dann schon mal Hier kommt, zack So, dann mal gucken, das wird schon Du könntest hier mal mal reparieren, zack Ja, ist ja gut Arthas, bitte nicht, ja, das, das, das können auch die anderen hier mal machen, ja, die können auch mal was tun für ihr Geld Du gehst da drauf Und dann ist alles gut, alles wird gut Siehste, alles gar keine Bedrohung mehr So, und die Goldmine ist meins So, die anderen Akkuliten sind auch fertig Könnt ihr mal dem da folgen Und kriegen wir dann da nochmal ein bisschen mehr Gold dazu Kriegen wir dann Acht Gold pro Tic insgesamt, ungefähr Ja, prima doch Also statt wie jetzt, halt wegen hohen Kosten, halt vier Aber jedes Mal, wenn, wenn einer von denen hier jetzt was Abgibt, ist halt wegen hohen Kosten, halt nur vier Gold Verdoppeln wir mal eben schnell alles, und alles wird gut Ach, mehr Gold erforderlich Hier, schickt mal die Drachen dahin, dann geht es auch ein bisschen schneller hier Tötet mal ein bisschen hier so die Päons Ach, ist ja schon wieder so weit, ja Oh, sind doch gar nicht wenig Oh Gott. Ich halte es hier irgendwie am Leben. Ich betone nur auf irgendwie. Dann noch das, dann noch das und dann... Da hin, bitte. Danke. So, habt ihr es geschafft, ja? Ist ja ein Traum. So, alle mitkommen, wir gehen auf den braunen. Hier kann er wirklich nichts mehr an Schaden machen. So. Sehr schön. Dann machen wir hier mal den nächsten Frostwürmer. Sobald Frostwürmer vorhanden sind, ist alles gar kein Problem mehr. Können jetzt hier nochmal was skillen. Zack. Können theoretisch, wenn wir Gold hätten, jetzt auch nochmal Kaltusat holen. Leider aufgrund von Unfähigkeit geht derzeit nicht unbedingt nötig, äh, möglich. Ja, mach mal, mach mal den hier. Mach mal den hier. Zack. Endlich. Alles wird gut. Hoffe ich. Recht. Dummkopf. Vielleicht so ein bisschen in Sicherheit gehen. Nicht, dass mir Arthas hier wegschleppt, dann muss ich ihn wieder retzen. Vorsicht. Muss ja nicht sein. Jetzt werdet ihr leiden. Gehen wir da drauf. Da kommen Einheiten raus. Hier nicht. Das ist nur für, ja, ist quasi wie unser, unser Friedhof. Zum Holz ablagern und Sachen zu entwickeln. Nicht wirklich was Relevantes. So. Hier sind Drachen und Co. KG auf jeden Fall ne ganze Ecke nützlicher als noch in Teil 2. Teil 2 war es ja eher so ein bisschen Suizidkommando und so, ne. Dafür reicht es leider nicht mehr, aber den Drachen können wir schon mal hier hinschicken. Kann er sich mit der anderen Waffe binden und dann wird das schon irgendwie... Oder auch nicht. Mal gucken. Sprecht, Dummkopf. Ach, ich bin ein Dummkopf, ja. Und was bist du denn? Du bist halb tot. Gut. Findet den Fehler. Findet ihn. Ah, endlich. Frostmone hat Hunger. So. 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 Die kommen her, werden nebenher auch getötet, weil ich ja keinen direkten Angriffsbefehl auf das Ding gegeben hab, sondern nur gesagt hab, ja hier, da hingehen und dann greifen wir halt alles in der näheren Umgebung um und sobald halt eine höhere Priorität ist, drehen die sich automatisch um, das für mich. Super. Ja. Hätte ich das mal in Walk of 2 gegeben. Da ich da selber nichts mehr tun muss und die wissen halt, was sie zu tun haben. Macht halt wirklich einen Unterschied, wenn ich halt sage, ihr sollt halt mit Rechtsklick einfach auf das Gebäude gehen, dann gehen sie wirklich stupide auf das Gebäude. Nichts anderes. Wenn ich jetzt sage, ihr sollt in die Nähe davon hingehen, entscheiden die halt selbst, was sie machen und gehen halt ihre Prioritätenliste ab. Sobald halt da irgendwie, keine Ahnung, eine Kampfeinheit oder sowas daherkommt oder halt ein Peon oder sonstiges, greifen die halt dann ein Peon oder die Kampfeinheit an. Es ist, es ist herrlich. So macht Strategiespiele Spielen Spaß, wirklich. Niemand erteilt mir Befehle. Ist halt so. Was? Maximale Einheitenbeschränkungen? Oh. Müssen mal ein paar mehr Gargoyle sterben hier. So. Hier kann niemand mehr irgendwas machen. Wir können weiterziehen. Schauen wir mal beim Blauen hier vorbei. Weil ich's kann. Ach guck mal, Keltuza ist auch wieder da. Dann haben wir gleich einen vollen Trupp mit einem, mit einem anderen Frostwurm. Und dann klappt das schon mit den Nachbarn und so. Das wird schon. So, was haben die jetzt hier inzwischen außer den Turm? Ja, Frostmoron, Frostwürm. Gedöns. Ah, endlich. So. Ja, die sehen das. Die greifen halt automatisch hier irgendwas an. Sehen, aha. Da ist Held. Die fallen zuerst den Held an. Die kann zum Beispiel einsagen ja hier, halt mal den hier in Schacht oder so. Und... Dann werde ich nicht ganz so unter Druck gesetzt auch. Mach mal, mach mal sowas. Ein paar Verbündete, die mir helfen hier. Sollen sie mal machen. So, du gehst mal da den Foliant der Beweglichkeit holen. So. Läuft. Kann man machen. Ungläubige Arten, unsere Verteidigung gestürmt. Doch, ist es schon wieder so weit, oder was? Ja, gut. Paar Drachen. Äh. Ein so ein Drache. Komm. Mal gucken, was du dagegen setzen kannst. Ich beuge mich eurem Willen. Vielleicht nicht so viel. Ah, sind fast gleich stark, ne? Ah, er geht auch eher auf, auf den. Das finde ich hervorragend. Das kostet schon ein Akolyt. Wo soll mein Blut vergossen werden? Ja, und der Frostwurm. Ich weiß gar nicht, ob der auch... ...davor profitiert, dass er hier auf den, auf den... Ich hätte jetzt schon gesagt, Creep. Ja doch. Irgendwie hier auf dem Creep rumsteht. Und dadurch besser regeneriert. Ich weiß es nicht. Ah, fast down. Na gut, meine auch. Ja, okay. Soviel dazu. Dann haben wir hier Lotsen zu den, zu den Dingern hier. Sehr schön. Was ist hier los? Aha. Muss das denn sein? Ich frag ja nur. Komm mal hier zurück. Einzigart down. So. Die haben aufgeräumt. Alles läuft. Läuft alles. Gut, gehen wir mal zu denen hin. Unterstützen die mal. Dann klappt das. Hoffe ich. Guck mal mit dem Befehl gegeben und so weiter gehen. Das find ich super. Na. So. Komm, wir lassen mal einen Gargoyle hier. Nein. Ähm. Schiff war das. Den raus. Den rein. So. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ach, erzähl doch nicht sowas. Dass meine Streitkräfte angegriffen werden. Wer soll denn das glauben? Klauen des Angriffs plus neun. Das ist nicht wenig. Das ist wirklich nicht wenig. Das ist schon besser. So, dann gehen wir nochmal hoch. Gucken wir mal beim Goblinladen, was hier so abgeht. Frostmoon hat Hunger. Na, wenn schon, denn schon. Ah. Endlich. Was ist es diesmal? Ihr habt gerufen. Vorsicht. Ein Ring des Schutzes plus drei. Auch nicht wenig. Hat sich auch gelohnt. Ähm. Sonst gibt's hier... Schrott. Okay. Dann gehen wir weiter. Wir haben schließlich noch zwei Org-Clans direkt vor uns. Nieder mit dem Turm. Nieder mit dem Turm. Nieder mit dem Turm. So. Ja, ich lasse tatsächlich mit Absicht die Gargoyles verrecken. So. Haben wir ditte. Dafür reicht's noch nicht. Ihr könnt in den Tod gehen. Vorsicht. Hier kann mal ein Drache da drauf. Tod auf der Fall ist super. Mach das mal. Das ist halt auch verdammt groß, ne? Äh. Schädigt halt auch unsere Einheiten, wenn wir da reingehen. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Sprecht, Dummkopf. Das darf man nicht unterschätzen. Endlose Pein wird euch erwarten. Niemand erteilt mir Befehle. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Ja, ja. Das sind die Streitkräfte, die sterben dürfen. König, König. Endlich. So. Können wir jetzt nochmal einen Drachen bauen? Ja, jetzt können wir einen Drachen bauen. La, 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 la. Die können ja auch nochmal sterben gehen. Wenn schon, denn schon. Hier haben wir noch einen Gargoyle, der kann sterben gehen. Ein Hoch auf Drachen, wirklich. Was würde ich nur ohne meine Drachentaktik tun? Richtig, sterben. Ähm, du holst hier mal das Buch. Ein bisschen mehr Int kann auch nicht schaden. So. Geht mal da drauf. Jaja, das sind die, die sterben sollen. Oh, läuft. Kann man machen. Ob sie jetzt noch für den zweiten reicht. Ich weiß nicht. Sieben brauchen wir. Obwohl, ja. Ja. Sind die nicht gerade sterben gegangen? Nein? Man weiß es nicht genau. Ich dachte eigentlich, ich hätte die jetzt sterben geschickt. Unsere Weltmine ist fast erschöpft. Nein. Ist nicht wahr. Oh, die könnte ich noch sterben schicken, ne? Den kann ich auch noch sterben schicken. Ähm. Ne, kann ich nicht. Weil es ja hier nichts gibt, was meine Unsichtbarkeit sehen kann, ne? Hm. Naja, egal. Wir haben einen Drachen mehr. Haben oder nicht haben. In dem Fall definitiv haben. Sprecht, Dummkopf. Niemand erteilt mir Befehle. So. Frostmone hat Hunger.